ja tach auch sorry aber gerade video abgedreht hochgeladen und was kommt da wieder ein päckchen von gls wollt ihr vielleicht mit mir reinschauen was da mit meinem neuen strider machen wir das päckchen auf das ist recht gut verpackt schauen wir mal schauen ein benchmark aus der schwarzen kollektion so was haben wir denn hier schönes ein benchmade axis strider 908 der ist neu also nicht aus dem gebrauchmarkt bin ich ja mal gespannt auf das teil der sieht ja mal cool aus da müssen wir noch mal leute der g10 ist wie schmiedelpapier da muss ich mich erst mal dran gewöhnen aber ansonsten sieht das nicht klasse aus ein bisschen einspielen muss ich das teil auch noch aber der axis lock funktioniert doch schon ganz gut ja das ist es dann auch schon wieder auch das wird natürlich noch vorgestellt ich danke euch fürs reinzappen wir sehen uns beim nächsten video tschüss ich bin weg bis tiếp bis bis bis